Hallo, wir sind Michaela und Bernhard Wenzel. Wir betreiben zusammen den Mehringerhof. Das ist ein Pensionspferdestall. Wir sind im Landkreis Traunstein, das ist in Südbayern an der österreichischen Grenze nahe zu Salzburg. Wir haben uns für den Square Zaun entschieden, weil uns der einfach von der Optik her auch am besten gefiel. Es sind insgesamt 1,77 Kilometer Zaun verbaut worden, die hier die Koppeln und auch den Reitplatz einrahmen. Wir waren von Anfang an zufrieden mit der persönlichen Beratung. Der Herr Berger und seine Tochter, die waren ja bei uns. Und auch dann, als der Zaun verbaut wurde, hatte man Mann noch extra Wünsche und die wurden auch gleich umgesetzt. Wir haben jetzt im Zaun ein gutes Jahr und wir sind von der ganzen Umsetzung sehr zufrieden, von der Anlieferung, von den ganzen Materialien. Das hat alles reibungslos geklappt. Wir werden auch laufend angesprochen, ob wir dies sind mit der tollen Zaunanlage. Schon ins Auge sticht von Weitem. Wir freuen uns jeden Tag aufs Neue, dass wir uns mit dieses Mutern entstanden haben.